Zuerst löse ich auf dann lose ich auf und zwar 47 Handwerksgewinnspiel meinerseits Power-Buy Farmerama.book.de und MegaGameFig.Wordpress.com ging es ja darum wie viele Paranusbäumchen sich hier auf meiner Wiese hier auf Paranusbäumchen den aktuell befunden habe ich glaube ich habe nichts abgerissen sieht immer noch gleich aus bis ihr für die Seiten das ich mir gekauft habe und zwar Paranusbäum Baum hat leider der ein oder andere auch glaube ich mit der Mistazienbaum verwechselt ja halt zu einfach wäre sie auch was langweilig wäre also von daher muss man auch vielleicht ein bisschen zum nachdenken ganz kurz keine frage und dann auch noch zu suchen schlussendlich sind es hier 1 2 3 ich kann es auch hier noch mal schön zeigen drei Paranusbäume das haben auch die meisten bewältigt hier diese Aufgabe die erste Hürde klasse genommen und jetzt heißt die zweite die zweite Hürde zu nehmen welche lautet hoffen dass der Zufallsgenerator heute für dich oder für die oder für was weiß ich alles eben ist ein Verein für euch ja drei werden gewinnen soviel steht mal fest kurz zur Riedlung die Preise dritter Platz Olivenknoblauchpesto zweiter Zucchini Apfelkuchen und der erste ein Karotten Apfelschatten gut starten wir mit den 13 Platz zur Auslösung mit einem Olivenknoblauchpesto gewinnt die 13 Strange Love meinen Glückwunsch zum Knoblauchpesto aus Oliven musste ich jetzt leider rausnehmen zweimal gewinnen kann man hier nicht sorry gut dann der zweite Platz ein Zucchini Apfelkuchen ist der oder die schauen wir mal was das herauskommt es sieht aus nach Mr. Cool habe ich recht oder habe ich recht jawoll Glückwunsch zu einem Zucchini Apfelkuchen und dann jetzt noch ein begehrtes KAC so wo ist denn hier Mr. Cool versteckst du dich hier willst nochmal gewinnen mit dir aber nicht sorry so also KAC kann man jetzt auch nicht schlecht gebrauchen beim Comic Event bei Neue Event Mechanik wo sowieso wieder aufs Gleichchen ausläuft so schauen wir mal was jetzt hier rauskommt wer gewinnt das KAC es sieht aus nach Kamikaze 161 du gewinnst das KAC meine Glückwunsch an alle Gewinner und alle anderen ja nicht drauf sein in zwei Wochen kommt das nächste Amtagsgewinnspiel um genau zu sein sind ist es ja glaube ich dann der dritte Februar wo das nächste dann startet wie immer auf meiner Seite oder auf armarmapok.de und jedes Wochenende aufs Neue da könnt ihr auf meiner Seite beim Wochenendgewinn bei euch beteiligen da könnt ihr auch wieder was feines gewinnen wird jetzt auch übrigens jedes zweite Wochenende von Mr. Cool durchgeführt gut also dann war es das mit diesen Auslosungen beziehungsweise auch Auflösung ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal Ciao